Wir werden immer mehr und setzen uns zur Wehr Jetzt kommt die Inge. Schau mal, das passt. Passt das? Also ich stehe das aller 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 erste Mal bei irgendeiner Kundgebung, Versammlung oder sonst was vor einem Mikrofon. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Also, zum Thema Impfen noch ganz kurz, was ich jetzt die letzten Tage recherchiert habe und was ich auch glaube, was bei uns der Fall sein wird. Es gibt fünf Minuten Beratung, bevor du geimpft wirst, finde ich auch ganz wichtig. Mehr Zeit haben sie nicht, weil sie wollen ja in die Impfzentren mindestens 300 der Sonnen pro Tag durchimpfen. Das sind fünf Minuten für eine umfassende Information zum Thema dieser Impfung. Und zweitens, es ist so, dass ihr alle einen Haftungsausschluss unterschreiben müsst, bevor man euch impft. Ihr könnt, wenn es Spätschäden gibt, niemanden in die Haft nehmen. Ihr könnt nur zum drüber nachdenken für alle, die außen stehen. Dann habe ich ein Thema zur Mechthild. Mechthild, du bist halt ein ganz blödes Einzelschicksal, wenn du stirbst, weil du eine Maske trägst. Das darf ich sagen, weil ich mag die Mechthild sehr gern. Ich habe mir drei Themen aufgeschrieben. Das nächste Thema ist, ich hoffe, ich darf jetzt weggehen von der Impfung. Das nächste Thema ist Altenheime. Mein Schwiegervater ist in einem Altenheim. Der durfte während der ganzen Zeit, seit es Corona gibt, am Anfang die Leute, also seine Besucher, egal wie viele, draußen besuchen und mit ihnen spazieren gehen oder Kaffee trinken oder sowas. Nur nicht im Heim. Es gibt und gab in diesem Altenheim bis heute keine Infektion durch Corona. Der Herr Bogner, der Oberste von dem Altenheim, den finde ich total toll. Er passt auf, aber er lässt die Leute trotzdem leben. Was hat er dann gemacht? Dann hat er das Kaffee wieder geöffnet, dass die Leute sich wieder im Kaffee treffen können mit den Besuchern. Und jetzt dürfen die zwar nur immer einzeln, aber die Besucher auch wieder ins Zimmer. Und das finde ich großartig. Bravo! Und warum machen das nicht alle Altenheime so? Da muss kein einziger alter Mensch vereinsamen, wenn das bei allen Altenheimen so gemacht werden würde. Und die, die geschützt werden müssen, ja, bitte schützen, aber doch nicht alle über einen Kamm scheren. Bravo! Und jetzt kommen wir zu unseren Tageszeitungen und allgemeinen Medien. Allgemeine Sporte. ARD, ZDF. Wo auch immer ihr hinguckt, ihr hört überall dasselbe. Massenhafte Angstmache vor Corona. Hat irgendeiner von euch irgendwas über die Proteste in England, Frankreich, Italien, Spanien, Argentinien, Brasilien, die ganze Welt steht auf. In New York ist gestern oder vorgestern eine Massendemonstration gegen diese Corona-Maßnahmen gewesen. Hat irgendjemand irgendetwas in den Mainstream-Medien gehört? Nein. Nein. In Dänemark sind die Leute wegen dem Infektionsschutzgesetz so lange auf die Straße gegangen und haben mit Töpfen geschlagen, bis erst dieses Infektionsschutzgesetz abgemildert wurde. Dann haben sie weitergemacht. Und ich glaube, es ist immer noch der Stand, es ist noch nicht in Kraft. Das haben die Menschen in diesem Land bewirkt. Und was machen wir? Wir gehen einkaufen, weil es so schön ist. Ja, wir müssen uns ja auch nicht beschäftigen. Wir sehen ja auch jeden Tag, Deutschland sucht den Superstar und anderen Scheißdreck. Entschuldigung. Statt, dass man sich informiert, was wirklich abgeht. Jawohl. Bravo. Das war's. Okay.